Eure treue Frömmigkeit brachte euch einen neuen Titel ein. Geht und verbreitet Elbes Wort im ganzen Land. Langsam wird's wirklich... Langsam wird ich müde. Langsam wird's zäh, sagen wir's mir so. Oh, das soll ja gelegentlich vorkommen. Aber ich will das fertig haben. Ich will dieses Ding fertig haben. Man kommt da irgendwann nicht mehr dazu, irgendwie viel zu sagen. Boah, ist das... Meine Festplatte wird das sowas von sauvoll. BAMS! Gewesen, die Alte. Aber das macht ja nix aus, weil ich hab hier eine neue gekauft. Und schön angeschlossen. Und damit... ...dürft's keine Probleme geben. Für Verstärkungen, ich hab überall... Natürlich, beim Will kann man auch ziemlich Waffen und Rüstungsstücke kaufen und Zeugs, aber... Ich weiß nicht, das lohnt sich für mich nicht. Okay. Du musst zum Kalis-Tor mitten im Darkwood gehen. Mhm. Okay. Mach ich. Das Tor geht erst auf, wenn sein Hunger nach untoten Seelen gestillt ist. Genau, man vom letzten Gag mal keine Erfahrung. Wenn man da nicht von selbst rein geht. So. BAMS! Drei. BAUS! BAMS! 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 Die Gegner gehen einfach immer drauf, wenn man das einsetzt. Vielleicht ziehe ich das doch auf 1. Ich glaube, das ziehe ich auch auf 1. So, Inventar. Fähigkeiten, Magie, so. Ich würde sagen, ich ziehe das hier auf 1. Dann tausche ich das auf 1. So. Okay. Aber ich glaube, ich hole mir erstmal den Schatz und hole mir eine coole Waffe. Geld genug habe ich im Moment nicht für ein Haus. Fällt mir ein, ich hole mir mal kurz einen Schlüssel. So, man kann das Schloss auch knacken. Um die Tür nicht einzureißen. Das geht so. Okay, dann holen wir uns hier einen Silberschlüssel. Aber im Normalfall sind wir vor die Tür einzuhauen. Geht schneller. Ich kann nicht sehen, was wichtig ist. Ich glaube nicht. Das ist einfach nichts. Ich kann ja gleich nochmal nachschauen. Hier kommen wir auch nochmal hoch. Irgendwann anders. Aber im Moment kann man ja mit nichts anfangen. 15 Silberschlüssel. Nur ein Großarzt. Den Hammer haben wir ja schon längst. Hier ist auch ne... Hier ist... Also das, was da kommt, ist im Normalfall. Ist nur im Lost Chapters. Hm. Okay, nix. Wichtig ist gut. Einmal drum herum gelaufen. Ich bin mir einfach nicht mal... Ich kenne es nicht 100% aus. Ich kenne es ganz ehrlich, ich kenne es ganz ehrlich gesagt, aber... Okay. Vielleicht nicht ganz 100%. Woman City Grafikdinger ein bisschen lustig da hinten. Hier ist gleich ein Lagerhaus, wo man irgendwas machen kann. Ich weiß gerade nicht was. Hier war auch irgendwas Wichtiges. Oder hier war auch Gold oder sowas. Ach, ne Schärfenverstärkung. Genau, das war es. Verstärkung. Und hier, wenn man sich anschaut, sind die Wachen... Standardmäßig die starken Wachen. Okay, man kann jetzt tags... Bis zum Tag warten. Ich werde jetzt mal Münzschieben machen. Hier ist sowas schwammiges. Weiter. So, das passt. Ups, das war fein. Das zum Unteren muss man das irgendwo machen. So ungefähr. Verstärkung 7. Mehr noch. Mehr habe ich gesagt. 25. So, man muss das... Wenn man das gut kann. Kriegt man das halt... Das ist halt eines der einfachsten Minispiele. Hm. So, theoretisch. Man muss nur einmal raushaben, wie weit man das schießen muss. So, ich versuch's jetzt noch mal. Wenn man das richtig gut kann, kann man da richtig schön Geld mitmachen. Ja, ich glaube, ich glaube, 30 braucht man, 35. So, ein bisschen so. Das habe ich nicht gereicht. Ich brauche... Ich brauche dieses Geld. Es geht mir darum, diese Dinges zu holen. Es geht mir darum, diese Dinges zu holen. Ja, ich glaube, ich glaube, ich glaube, ich habe einen 500. So, normalerweise schaffe ich es ja, aber wenn ich es nicht schaffe, habe ich gerne, wüsste ich überhaupt kein Geld mehr habe. So, Paladin stimmt jetzt erst mal Paladin. So. So, 35. Maze. Verlassen. So. So, ein bisschen Geld haben wir gekriegt. Und jetzt können wir noch woanders hingehen. He he. Wir haben nämlich jetzt alle Heldenpuppen. Alle, die man so kriegen kann. Ist hier irgendwas mit? Alte Abtei. Früher mal ein bisschen anders. Hm. 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 Die magische Barriere war vorher nicht da. Seltsam. Das erklärt, was ich gerade in der Gilde fand. Wir treffen uns bei Maze. Ich fand ein Buch, das helfen kann. Okay. G. Ähm. Nehmen wir. 6. Da muss man auch so lang klicken und halten. Heldengilde. Teleportieren. Stimmt, jetzt kommen wir langsam die Quests, wo man nichts mehr anderes machen kann währenddessen. Aber ich werde das Orakel nicht zeigen. So, wackeln. Ist du unterwegs? Hier stimmt etwas nicht. Was? Nein! Nein, nein, nicht schon wieder. Das wohl passiert ist. Tempo fehlt mir noch mit 42.000. Okay. Was wohl passiert ist, wenn sie schreit. Nein, nein, nicht schon wieder. Dann hole ich mal ein bisschen eine Waffe raus mit mehr Verschlag. Hm, was wohl passiert ist. Hm. Oh oh. Was habe ich dir gesagt? Wolltest du nicht zu viel machen? Was habe ich dir gesagt zum Thema Dings? Nimm dir eine Axt. Nimm dir eine große, dicke, fette Axt. Jetzt kriegt man langsam die Quest, die richtig Geld bringen. Wo? So, um einfache Heldengilde. Ich habe eine Questkarte von eurer Mutter. Schnell, kommt zum Kartenraum und sprecht mit mir. Okay. Naja, man kann es auch einfacher haben. Wenn man einfach jetzt hier warten würde. Hier in dem Raum hier hinten. Ich werde da mal kurz durchgehen. Ich will nochmal kurz zeigen, was wir inzwischen schon kennen. Ne, das mache ich am Schluss. Irgendwann, ich werde es am Schluss nochmal zeigen. Sobald alles geschafft ist, werde ich nochmal dahin zurückkehren. Ich habe eine Questkarte von eurer Mutter. Schnell, kommt zum Kartenraum und sprecht mit ihr. Keine Questkarte, verfügbar, okay. Halt. Hm, ich weiß, was ich vergessen habe. Ähm, Knotter Glade. Ne, Südbaustor muss ich. Das kranke Kind. Ich weiß immer noch nicht, wo ich diesen neuen Bild finde. Ist mir aber... Ich glaube, ich verliere langsam die Motivation, das zu machen. Ich werde nochmal schauen, wo ich den Pilz fände. Moment, Schmarrn. Es ist Nacht, Mist. Dann werde ich einmal kurz schlafen und dann... So. So, dann gehen wir mal schön hier wieder runter. Such dir einen Schwertkämpfer. Nö. Nö, nö. Such ich im Moment nicht. Da hätte... So, überall lieben sie uns. Lieben, hochachten und ehren sie uns. Hm, wie viele Silberschüsse habe ich? Ich müsste jetzt langsam alle haben. Wie viel braucht die? Ich brauche vier blaue Pilze für ein Heilmittel. Der Händler? Der Händler beim Grabhügelfeld hat normalerweise viele. Ihr habt vermutlich... Ihr werdet problemlos... Hm, okay. Muss ich hier also nochmal Grabhügelfeld schauen. Hm. 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 Oh ja! Irgendwas... Irgendwie dauert es noch ein bisschen. Hm. Irgendwo dauert es noch ein bisschen. Bis sie so weit sind. Dann gehe ich so lange Grabhügelfeld. So, und dann gehe ich irgendwann... Äh. Gehe ich nochmal Huckus und dann nehme ich das Dings an. Ich will wirklich alle Nebenquests schon mal haben. Zumindest die meisten Sachen. Lady Grey kann ich ja nicht... Äh, Dingsen. Wie heißt das? Ach, keine Ahnung. Hm. Aber wir werden mal weitermachen. Hm. 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 So. Wo kriege ich... Das war der letzte... Das war der letzte, fürchte ich. Äh, ich an eurer Stelle wäre damit sparsam. Kann nicht behilflich sein. Hm. Kannst du mir nicht zufälligerweise sagen, wo wir noch... Wo ich noch Leute finde? Hm. Ich schau mal kurz nach, wo ich die letzten Pilze finde. Picknickplatz. So. Picknickplatz. Da ist es. Ähm. Gut, dann kann ich mal nochmal Picknickplatz gehen. Dann schau ich erstmal nochmal Südbauer Stone teleportieren. Ich will jetzt wissen, ob ich den anderen Quest beenden kann. So. Welch würde wirklich gerne diese Heldenpuppen-Quest abgeben, aber... Inventar. Gegenstände. Andere. Wenn ich schau hier, Puppen. Eins. Inventar. Gegenstände. Andere. Hm. 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 Ja, Mann! Ihr seid es! Ja! Los doch! Warte! Keine Ahnung, wie man das einsetzt. Ja, Mann, Mann! Kommt schon! Hm. Dann gehe ich halt nur zum Picknickplatz. Das Helden-Gelder und rausgehen. Da gibt es anscheinend nochmal jemanden mit Pilz. Ich habe eine Quest-Karte von eurer Mutter. Schnell! Kommt zum Kartenraum! Ja, ja. Schnell, schnell. Alles mit der Ruhe. Wir haben noch Zeit der Welt. Ich suche jemanden. Ich zahle. Das ist die Abmacht. Sagt einfach... Ne, danke. Ich habe wirklich keinen Bock drauf. Such dir jemanden anders, der dich auskortiert. Picknickplatz. Da habe ich aber noch keinen... Ich habe nie gesehen, wann der dahin zeigt. Aber es gibt bestimmt, ob da nirgends mit der Sonnenuhr ist. Normalerweise könnte ich mir vorstellen. So, die Frau. Es funktioniert nicht. Warum nicht? Also, ich habe diesen Pilz da ge...